ich war heute das zweite mal bei rose und ich muss das zweite mal noch mal betonen dass sie die massage wie ein absolut komplettes wellness paket anbietet das ist ein genuss für die seele und für den körper und sie versteht ihren job und ihre arbeit nicht nur als ihren beruf sondern aus meiner sicht das ist tatsächlich ihre berufung weil die die bringt zu einer gewissen mission um den anderen menschen auch zu helfen um sie gesünder zu machen um den körper auch zu entspannen und bewegliche zu zu massieren jedes mal fühle ich mich wie einem kurzen wellness urlaub urlaub von job urlaub von der familie urlaub vom alltag umlaufen urlaub von sorgen und jedes mal komme ich sehr sehr gerne und mit einem vollen vertrauen und begebe mich einfach mal in die hände von rose und was der liebe sehr liebe sehr gern machen dass wir gehen in infrarot sauna heute ich gebe dir ein bisschen lange dankeschön das war sehr sehr schön das war sehr entspannend und ich habe mich sehr sehr wohl bei dir gefühlt herzlichen dank danke danke sehr ja gut ok ja Das war's für heute.